Ja, Taxifahrer ist schlecht, Lkw-Fahrer ist schlecht, Pilot, ja. Was willst du als Sehbehinderte machen oder als Blinder? Arbeit ist ein großer Bestandteil unseres Lebens. Für Blinde und Sehbehinderte ist es jedoch schwer, einen passenden Beruf zu finden. Eine Möglichkeit bieten einige Dunkelrestaurants. Wie zum Beispiel für Paul das Restaurant Finster in Essen. Paul ist stark sehbehindert und wird im Laufe seines Lebens sein Augenlicht verlieren. Ein Fachdienst für sehbehinderte und blinde Leute, die suchen dann halt Arbeit. Und die hat dann halt gesagt, ich soll mal hier vorbeischauen im Restaurant Finster. Ja, bin dann halt hingekommen, seit 07 bin ich dabei und macht mir super viel Spaß. Wie ist es im Dunkeln zu arbeiten? Ja, du gehst auf als sehbehinderter Mensch oder als blinder Mensch halt. Im normalen alltäglichen Leben hast du eh Schwierigkeiten, dann halt irgendwas zu machen, irgendwo hinzukommen zum Beispiel. Und hier bist du dann halt so gesehen, in Anführungsstrichen, der Chef. Das war meine Welt dann halt, mit den Sinnen, die ich dann halt tagtäglich teilweise zu tun habe. Weil ich sehbehindert bin selber, stark kurzsichtig bin. Fiel mir halt sehr leicht zu arbeiten im Dunkeln dann halt. Doch für die Gäste ist es ungewohnt, sich in absoluter Dunkelheit zu bewegen. Deswegen sind sie auf Hilfe des Kellners angewiesen. In einer Polynäse, ran an die Schulter und mir folgen unauffällig. Ich setze die erstmal hin, platziere die erstmal, zeige denen dann halt die Stuhllehne und erkläre ihnen, dass dann halt direkt vor ihnen dann halt bedeckt ist. Den Rest, den bringen wir ja dann tatsächlich nachhinein dann zu dem Gast, was die dann halt bestellt haben vorne. Im Dunkeln hilft vor allem eine persönliche Kommunikation, um sich wohlzufühlen. Ja, wir sind per Du, ja, im Dunkelnraum. Wir fragen natürlich die Gäste, ob die das möchten, ob wir uns duzen. Die meisten sagen ja. Ja, die rufen dann halt einfach, ne? Paul, ich brauche ein Getränk, ne? Ich brauche dies, das, genau. Sich in der Finsternis zu orientieren, ist für Paul und seine Kollegen Alltag. Für die Gäste eine ganz besondere Erfahrung. Die sind begeistert. Es war wundervoll, dieses Erlebnis dann halt in die Welt einzutauchen, von den Sehbehindern und den Blinden. Die Küche stimmt dann auch. Die haben wirklich immer einen wunderschönen Abend, die Gäste. Doch nicht alle können mit dem kurzzeitigen Verlust des Augenlichts umgehen. Ich habe auch in den Jahren jetzt Gäste gehabt, die wirklich dann halt in der Schleuse dann halt geweint hat. Vor Angst, ne? Also wahrscheinlich irgendwelche Erinnerungen, schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht. Platt sagen es, ne? Da hat es natürlich keinen Sinn, dann halt. Ich bringe sie raus. Das ist das Beste, ne? Ich bringe sie dann halt raus. Einreden kannst du dann nicht mehr, ne? Einige müssen aber erst über ihren eigenen Schatten springen. Das hatte ich auch gehabt, ja? Die sind dann halt die Gäste, die gar nicht gehen wollen, ne? Ne? Die wirklich am Anfang ein bisschen Angst hatten. Redest du denen dann halt ein. Die sind dann auch ein bisschen länger, drei, vier Stunden hier geblieben, ne? Die haben sich dann auch wohl gefühlt und dann anschließend gesagt, Gott sei Dank, Paul, habe ich das gemacht, ne? Ich danke dir vielmals, dass du mich trotz allem noch überredet hast und war ein toller Arm. Im Endeffekt sollte sich jeder überlegen, ob er eine solche Erfahrung machen möchte. Ja, das ist eine Erfahrung dann halt wert, ne? Wie ein Blinder oder ein Sehbehinderter sich tatsächlich fühlt. Das ist wirklich eine Erfahrung wert. Ihr werdet dann auch wirklich schätzen, was ihr da habt überhaupt. Das ist eine Erfahrung, was ihr da habt.